Erleben Sie die brandneue CityCAD VR50e von Bucher Municipal. Eine vollverglaste Kabine mit SmartCon Bedienkonzept und die volle Elektrifizierung der CityCAD VR50e kombiniert mit den bereits leistungsstarken Eigenschaften unserer 5 Kubikmeter Kehrfahrzeuge bereiten Sie auf den nächsten Schritt in der effizienten und nachhaltigen Reinigung in Städten und Gemeinden vor. Die CityCAD VR50e ermöglicht ein müheloses Umschalten zwischen den Fahrmodi ohne das Kehrfahrzeug dabei anhalten zu müssen. Die serienmäßig verbaute Vierradlenkung macht das Fahrzeug äußerst wendig und ermöglicht es selbst die schwierigsten Hindernisse zu umfahren. Darüber hinaus sorgen Stoßdämpfer mit Schraubenfedern an der Vorderachse und Blattfedern an der Hinterachse für erstklassigen Fahrkomfort. Eine optionale Differenzialsperre sorgt für optimale Traktion unter allen Bedingungen. Die neue CityCAD VR50e wurde speziell für effizientes und nachhaltiges Kehren entwickelt. Entscheiden Sie sich für das leistungsstarke 137 kWh Bucher Batteriepaket mit null Abgasemissionen. Die standardmäßige AC-Ladefunktion kann auf die 70 kW DC-Schnellladefunktion aufgerüstet werden, welche kürzeste Ladezeiten bietet. Das gezogene Kehraggregat mit robustem Saugmund ist 400 mm seitlich verstellbar und sorgt in Kombination mit dem optional erhältlichen dritten Besen für hervorragende Kehrergebnisse. Der gerade Saugschlauch mit 250 mm Durchmesser sorgt für maximalen Luftstrom bei minimalem Verstopfungsrisiko, während die Frischwasserdüsen und das Wasserrückgewinnungssystem eine hohe Staubunterdrückung gewährleisten. Manuell oder hydraulisch betätigte Laubsaugschlauchoptionen, die auf dem Dach des Fahrzeugs verstaut und über einen Dachausleger leicht zugänglich sind, ermöglichen die Reinigung auch schwer zugänglicher Stellen. Verschiedene Wasserpumpen in Kombination mit Schwemmanwendungen, Hochdruckdüsen am Saugmund oder einer Handlanze mit Haspel bieten ein erweitertes Spektrum an Reinigungsmöglichkeiten. Unser fortschrittliches Bedienkonzept, bekannt aus der CityCut V20 Serie, hält nun auch Einzug in unser 5 Kubikmeter Kehrfahrzeug. Die SmartCon Multifunktionsarmlehne lässt sich intuitiv mit einer Hand bedienen. Die Smart Start Funktion und das Pop-up Feedback ermöglichen eine sichere und einfache Bedienung. Das C-Sense Touch Display bietet ein benutzerfreundliches Design, erweiterte Einstellmöglichkeiten und eine wesentlich einfachere Fehlerdiagnose. In puncto Komfort und Sicherheit setzen wir auf eine leichte und geräumige Kabine, die für den Links- und Rechtsverkehr ausgelegt ist. Die Kabine bietet einen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz mit einer verstellbaren Lenksäule und vollwertigen Sitzen mit Dreipunktgurten. Mit dem klappbaren dritten Sitz, der sich über der Mittelkonsole befindet, ist es möglich, drei Personen gleichzeitig zu befördern. Die vollverglaste Kabine bietet in Kombination mit LED-Scheinwerfern eine hervorragende Rundumsicht mit maximaler Ausleuchtung des Kehrbereichs bei geringstem Energieverbrauch. Ausgestattet mit einem 5,6 Kubikmeter großen Kehrgutbehälter und einer Wasserkapazität von 880 Litern steht die CityCAD VR50E für maximale Autonomie. Die einfache Reinigung und der schnelle Zugang zu wichtigen Teilen erhöhen die Betriebszeit und reduzieren die Gesamtbetriebskosten. Auch mit Bucher Connect verbessern wir die Produktivität und bieten Ihnen ein konkurrenzloses digitales Flottenmanagement. Es wurde speziell entwickelt, um Ausfallzeiten und Betriebskosten zu reduzieren und bei der Analyse von Daten zu helfen. Entscheiden Sie sich für die neue CityCAD VR50E und treten Sie ein in eine Ära der nachhaltigen Reinigung. Unterstützt durch führende Technologien und Innovationen.